Ich mache das Experiment mit Elefantenvermastern. Mit dem 12% Wasserstoffperoxid. Das Wasserstoffperoxid ist hier. Dann nehmen wir Spüli. Zweimal drücken. Die Hefe ist der Katalysator. Jetzt gebe ich die Mäse hier rein. Man darf es nicht anpassen, weil es ätzt und es ist sehr heiß. Aber wie Interessante ist, ich möchte die Mäse hier. Musik 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 Das ist eine richtig schöne Frau Musik 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 So, da ist ein Herz und jetzt noch ein Herz für Folgen. Das ist jetzt noch ein Herz, okay?